Unser Blut ist durch nichts zu ersetzen. Das macht es so wertvoll. Wer aber zum Beispiel durch einen Unfall viel davon verliert, der ist auf das Blut anderer angewiesen. Und das kann gespendet werden, wie hier im Institut für Transfusionsmedizin. Doch es sind eben nicht immer nur die verunfallten Patienten, die Blutspenden benötigen. Ein Teil, den man immer vergisst oder sehr leicht vergisst, sind die hämato-onkologischen Patienten, also Patienten mit Krebserkrankungen, die aufgrund ihrer Erkrankung oder, noch wichtiger, aufgrund der Therapie, die sie durchmachen müssten, in der Regel eine intensive Chemotherapie, in der Blutbildung sehr eingeschränkt sind. Und die brauchen über diese Phase, um diese Therapie aushalten zu können, in der Regel doch etliches an Blutunterstützung. Das heißt, dass sie regelmäßig sowohl rotes Blut, also Erythrozytenkonzentrate, als auch eben die Thrombozytenkonzentrate, was gelbe Beutel sind, benötigen. Möchte jemand Blut spenden, müssen im Vorfeld bestimmte Werte geprüft werden. Der Gesundheitszustand ist wichtig und so werden in einem Fragebogen Vorerkrankungen erfasst und im Anschluss Fieber und Blutdruck gemessen. Spricht nichts gegen eine Spende, erhält die Person die Freigabe und wird punktiert. Gerade im Sommer gibt es aber immer wieder Engpässe. Der Ausgangspunkt von Blut ist der gesunde Blutspender. Und ein gesunder Blutspender im Sommer fährt gern in den Urlaub. Das sei ihm auch vergönnt. Aber wenn er in ferne Länder reist, ist er oftmals danach gesperrt. Also wenn man beispielsweise in einem Gebiet war, wo Malaria vorherrscht, darf man sechs Monate nicht spenden. Also wir haben eine Summation. Zum einen, der Spender ist weg, weil er im Urlaub ist. Und zum anderen darf er danach nicht direkt zum Spenden gehen, weil er vielleicht in Ländern war, wo er eben dann gesperrt ist. Und das sind mittlerweile sehr viele Länder. Teilweise eben auch Länder, an die man gar nicht denkt. Also Italien muss Westnil-Virus danach untersucht werden. Wenn ein Labor das nicht kann, dann darf ein Spender vier Wochen nicht spenden. Und das ist natürlich, Italien ist man schnell mal. Im Klinikum Augsburg arbeitet man nach einem besonderen Prinzip, dem Blutmanagement. Das heißt, nur die Patienten, die es wirklich benötigen, bekommen sparsam das gespendete Blut. Jede Spende kann wichtig sein. Deshalb hat das Klinikum auch die Kampagne Blutspenden kann mehr ins Leben gerufen. Und das mit einem frischen und jugendlichem Auftritt. Wir möchten gerade auch junge Menschen ansprechen, Blut zu spenden, weil es, wie gesagt, extrem wichtig ist, um unsere schwer kranken Patienten zu versorgen. Zur Blutspende gehen kann nach vorheriger Terminvereinbarung fast jeder. Ein paar Dinge gilt es jedoch zu beachten. Also prinzipiell gesund, 18 Jahre alt und auch wichtig, gute Venen. Wenn man keine Venen hat, die man gut punktieren kann, dann ist es für den Spender eine Qual. Und es kommt in der Regel kein Produkt raus, mit dem man was anfangen kann. Innerhalb von zwölf Monaten dürfen Frauen viermal, Männer sogar sechsmal Blut spenden. Es gibt gute Gründe, sich dafür zu entscheiden, dauerhaft als Spender zur Verfügung zu stehen und regelmäßig Blut zu spenden. Weil die Blutspenden Leben retten und vielen kranken Menschen helfen. Und deswegen bin ich da und möchte es auch gerne weiterhin tun. Also wir haben, wenn eine Spende entsteht, profitieren mehrere Patienten davon. Das ist ganz wichtig, weil wir mit einer Spende mehrere Patienten gut versorgen können. Die Blutgruppe Null ist besonders begehrt, da sich auf den roten Blutkörperchen keine Merkmale befinden, die andere beeinträchtigen könnten. Somit ist diese Spende für alle Patienten einsetzbar. Doch was passiert eigentlich mit dem Spenderblut unmittelbar nach der Abgabe und wie lange ist es dann gekühlt haltbar? Das Blut, was in den Beutel gelaufen ist vom Spender, wird geteilt in das Blutwasser. Das Plasma ist in der Regel ein gelber Beutel. Und in das Konzentrat aus roten Blutkörperchen, heißt in der Fachsprache Erythrozytenkonzentrat. Das ist der rote Beutel. Das wird in der Regel durch eine Zentrifugation bewerkstelligt und durch eine Trennung der beiden Bestandteile voneinander. Wenn wir das Standardprodukt nehmen, das Erythrozytenkonzentrat, der rote Beutel, der ist je nachdem, wie die Lagerflüssigkeit ist, haltbar zwischen 35 Tagen bis maximal 49 Tagen. Also da sieht man schon auch diese Sommermonate. Nach zwei Monaten haben wir da schon einen Mangel, wenn eben die Spender nicht mehr zur Spende gehen können. Die Thrombozytenkonzentrate haben die kürzeste Haltbarkeit. Die sind nur vier Tage haltbar. Und da kann man sich leicht vorstellen, wenn man das aufrechterhalten muss, Spende ist nur vier Tage haltbar, dass man eben auch einen Spendebetrieb konstant am Laufen halten muss, um entsprechend die Produkte herstellen zu können. Von allen Spenden werden außerdem kleine Proben entnommen, die dann im Labor untersucht werden. Eine Blutspende kann den Patienten also erst dann zur Verfügung gestellt werden, wenn sie im Labor alle notwendigen Tests...